Ich hab Munition gefunden Oh, sehr gerne Alter Flöten Ach, Kalypse No, oder was? Ja, der Link ist noch einer Danke Boah, geil Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich Du hast keine Wahl Pfff Du bist dein Name, Junkchen Er müsste Down sein Alter Kliegt ja auch noch mehr Ja 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 Guck ich gerade ob es hier was gibt In Ordnung In Ordnung Ja 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 Shoot. So. Los mach. Los mach. Tavis ist ja echt unfreundlich. Alter. Aber sie nehmen jetzt natürlich Kinder als Kuriere. Jetzt ist da dieser Indianer Knirps und sieht mich mit großen Augen an. Ich musste ihm ein Bein abnehmen. Das verdammte Ding liegt ja einfach zwischen uns rum. Eww. Keiner wenigstens heulen würde oder irgendwas. Ist cool, wenn ich deinen Hut jetzt nehmen könnte und irgendwie plus Präzision oder sowas hätte. Alter. Alter. Oh Präzision, Skipper. Schöne. Komm. Warum angefroren? Oben links. Hier wäre ein Schloss. Eine Sekunde. Warum gerade kalt oder was? Bitteschön. Strange. Dankeschön. Das Bullhaus hängt mich an die Pinkerton Agentur. Schroffe Architektur. Dödelrödel. Dödelrödel. Jetzt hat er doch eine rote Aache. Halt. Oh, ein Repetiergewehr. Lockpick? Wo? Ich sehe da drüben ein Lockpick. Ja, ich weiß hier die ganze Zeit. What's the fuck? Gatlinger. Achso, die kann ich mir holen. Okay. Oh. 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 Aufgepasst. Patriot. Oh Oh. Haat. WANTED DAISY FITZROY, WANTED BOX ANORCHIST, WANTED LABOR AGY DAYTRACKER Okay, es geht hier immer nach unten und es geht anscheinend auch nach oben. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr aufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Nährin blieb ich zu lange. Als ich im Comstockhaus anfing, rief man mich Küchenmarkt. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Okay. Lockpicks. 28 Stück. Beweise. Murdered. Wir haben schon einige getötet. Das ist was für dich. Das kriege ich hin. Ja, jetzt weiß ich, was da drin ist. Gerne nehme ich das mit. Stop the walks. Panzerfaust. Ausrüstung. Schön. Hemd. Updeck. Beim Laden von einer Skyline wird übrigens geschehen gehört. Beim Landen von einer. Okay. Genau das, was wir jetzt brauchen. Wie sich das in echt erklärt lässt, mit der Infusion. Weil in echt hat man ja keine Lebenspunkte. Glaub ich. Aber in echt Lebenspunkte eigentlich nicht, oder? Alter, ist das hier hell. Noi, noch eine Infusion. Geil. Möchtest du was sagen? Nein. Es gibt den Job und es gibt das Leben. Ich werde dafür bezahlt, dass ich die gottverdammten Vox hasse. Und ich nehme das Geld. Aber was schadet es mit Fitzroys Leuten einen zu heben? Ich muss aber einen zu viel erwischt haben. Ich habe nämlich den Schlüssel für die Beweismittelverwahrung an den Barkeeper verloren. Wenn das rauskommt. Okay. Für die Beweismittel ist die Schlüssel alles nicht mehr bekommen. Da, ein Lockpick. Guck dir das mal an. Der ist halb im Boden drin. Beweismittel. Auf jeden Fall gut zu wissen. Locker Room. Locker Room ist eine Unkleidekabine. Oder Unkleiderraum. Nicht Kabine. Tschuck, tschuck, tschuck. Hm. Keine Schiffroh oder so? Her eyes so blue, her skin so white, or are they? We must all be vigilant to ensure the purity of our people. Alter. Alter. Das hier ist glaube ich nix soweit. Ich würde aber glatt mal interessieren, wo wir die Beweiskistenbox haben. Die Evidencebox. Weil hier unten stand ja Evidence. Aber jetzt keine Kiste, die ihr öffnen könnt irgendwo. Da bin ich mal gespannt, wo wir die finden oder halt nicht finden. Weil ich würde sie doch sehr gerne finden eigentlich. Da sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Wachs schaffen. Dann kriegen wir unser Luftschiff. Klar. Ich schleppe dich auf den Rücken zur Wachs. Alles knacken? Kinderspiel. Geschafft. Noi. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Wachs Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Stacey kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Klar. Das ist ein Motto, ja, ja. Das geht mir egal, was du sagst. Ich habe jetzt eine Freunde. Wer da? Nee, immer diese eine Münze. Alter. The founders will bleed. Die Gründer werden bluten. Das sind Kakerlaken. Spiel macht mich fertig. Spiel macht mich richtig fertig. Weil ich mache mir gerade rüber... ...unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Was ist das? Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums. Ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... ...dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Bucca, wenn wir diesen Riss betreten... ...ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Muss ich ja anscheinend. Bleibt ja nichts anderes übrig. Mach. Burst gun. Ja, das hat irgendwas bewirkt. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich verschmelze mich auf dieses Luftschiff. Weg von hier. ...комегда. Dass wir kommen...